Ich lebe gerne Moment und deswegen ist die Flexibilität unheimlich wichtig für mich. E-Sports ist auf einem sehr hochprofessionellen Level. Mittlerweile haben Fußballvereine wie Schalke 04 Pro Gaming Teams. Selbst der FC Bayern München überlegt hier Fuß zu fassen. Mein Alltag sieht so aus, dass ich mir meinen Arbeitsplatz aussuchen kann. Natürlich, wenn ich bestimmte Termine habe, dann weiß ich, ich muss von A nach B fahren, aber sonst suche ich meinen Platz aus, wo ich gerne arbeiten möchte. Ich fahre gerne auch mit meinen Mandanten an spezielle Orte, zum Beispiel in Serengeti Park, einfach um sie persönlich näher kennenzulernen. Nur so kann ich optimal und am besten beraten. Mein Name ist Marcel Jung, ich bin Steuerberater aus Zelle. Ich glaube schon, dass ich eine neue Generation von Steuerberatern bin, einfach weil ich alle Technik und Digitalisierungsmöglichkeiten nutze. Mein Start in Selbstständigkeit, die habe ich als Dozent begonnen. Nebenbei war ich angestellter Steuerberater. Ich habe kurz danach meine Einzelkanzlei gegründet und habe jetzt eine Beteiligung an einer Steuerberatungsgesellschaft. Die Dativ Existenzgründungsberatung sind für mich die Business Angels der Steuerberatung. Ich habe da wundervolle Menschen getroffen, die genau meinen gleichen Flow haben und genau meine gleichen Vorstellungen. Ich liebe die Branchen meiner Mandanten, die ich berate. Genau das muss man auch machen. Man muss sie lieben, um sie zu verstehen. Musik